bis heute heute noch mal was schönes kann flaschen abgeben ja ganz viele ja paar säcke gesammelt aber nicht draußen oder nicht das denkt und so sind nicht meine flaschen ich war ein bisschen faul gewesen so letzten tagen wochen monate nicht als ich das jetzt hier denkt ist ein halbes jahr oder so gehen wir jetzt gleich ab schauen so wir unter den kumpels und so haben jetzt bist du mal geschätzt und so ein paar werden abgegeben wie viel sein wird und so ihr könnt hier auch schätzen und so ja auf jeden fall sind immer 25 flaschen alles alles gemischt mit 15 und wir haben hier flaschen 18 aber meistens große wasserflaschen so die zeit trinken immer so und wenn halt besuch mal da ist und wenn man cola trinken und so kann sich die rinde packt oder ein bier und so selber ich trinke selber wenig alkohol und so deswegen weiß es so wasserflaschen große viel auch klein dabei also da ist alles durch weg wie gesagt gucken wir da sind jetzt zwölf tüten ja das sind zwölf tüten hier haben wir noch einen kasten wasser also super mal entspannt das ist Ich bin ein bisschen alt, Alter, Mann! Du bist die ganze Zeit, ich hab wieder ein bisschen vorgelegt. Das war Schnauze, Mann. Dekken doch bitte von ihm. Dekken doch bitte von ihm. Ich bin ein paar Becken da, Mann. Ich bin ein bisschen drauf. Ich bin ein bisschen drauf. Ich bin ein bisschen drauf. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.